hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Bedrohs Folge ohne Freunde ohne so gut kaum ja ich bin ich hier alles Schleicher der Böse was hat das denn für mich noch mal ich da mache ich doch gleich Pippchen und alles wie ich mir so damalige Häuser vorstelle so ist ja übel mit diesem Stein so gebaut das Goate abgesehen auch scheiße ich kann spät ja das war mir mein Skillsmann zu 2 Gold gewesen ich glaube ich erst ich wollte das er schafft das dafür dass man nicht auch ich hab ich hab keine auch ja das 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 war gar nicht nicht das kann ein gold apfel so ne das sind dieses ressource pack denkt man das so ich ich äh tschüss ich hab das was ich brauche was Junge da kommt doch mit auf und das was ein typiker was ein Typ man mal komm bitte seiner jungen in der Base komm ja komm nein 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 man genau hinter ihm genau hinter ihm was ein typ durch das mann das sollte das werden der 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 ich kann besser treffen guck ich guck 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 ich treffe sogar die Leute ja das kann ich von Anfang an sagen ich das das jetzt muss ich die Gäden haben Geld da jemand alt und die man hat die App ist nicht und hat den so ist es getan meine Freunde ich glaube ich bin und die auch was ist was ich so leckst du dich zu tun das ist das war ich noch das war ja gut habe ich gedacht der bloß wieder wäre wenn ich da jetzt runterfallen würde wenn ich da jetzt runterfallen würde ich stehe in den Aufnahmen Nein, das hab ich bei mir doch im Block ab! Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von der Schleicher. Äh, ja, und ich jetzt gerade dritte auf der Version und ich hoffe, dass das Video euch gefallen wird und dass ich mal ein bisschen rasieren kann und ein bisschen besser PwP werden kann und dass ich auch undeckfreie Videos rausbringen kann und auch mit viel Sicht weiter und... und... Ich glaube, ich brauche mich jetzt erstmal zur Mitte. Nee, warum leckt das denn so? Ich hab das Gefühl, dass es so leckt. Warum? Warum hab ich dieses Gefühl? Bitte mach doch dieses Gefühl in mir weg. Nein, 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 nein! Diese Gefühle nervt mich. Sie sind geistig behindert. Was? Hier ist ein Flyer für Zurückgebliebene mit zahlreichen Infos und Anfängerkurse für Arschlöcher wie Sie. Nein, 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 stopp, warten Sie, warten Sie. Haben Sie mich als geistig behindert bezeichnet? Ich hab Sie als geistig behindert hier agnostiziert. Ich, ich bin nicht behindert. Doch, Sie... Holzi, 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 ich und mein Holz. Holzi, 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 Holzi! Ah! Kacke! Was macht ihr hier? Guck! Kaum ist wieder, aber einfach will ich damit doch wieder verkacken! Kaum ist wieder! Geh weg! Geh weg! Sie sind behindert. Das ist unmöglich! Es ist unmöglich! Wenn man geistig behindert ist... Ich bin nicht behindert! Man kann das auch physiologisch beweisen. Zum Beispiel, wenn Ihre Hand größer als Ihr Gesicht ist, sind Sie behindert. Sie sind behindert. Die Kaste. Ich nehme an das! Ich nehme an die Kaste.